Hallo, Pastewka erst mal. Hallo erst mal, Pastewka. Bist du bescheuert? Der hat mich angelacht. Das war meine Schuld, nur meine. Nochmal bitte. Was machst du denn da? Bist du bescheuert? Oh, scheiße. Oh, mein kleines Desto-Marspiel. Ich hätte mich da verheddert in was echten Sacken mit. Hä? Mann, der Magnet. Macht was Schönes. Bremst. Richtig. Ab wo, ab wo? Nochmal ganz? Von vorne. Ja, von vorne, genau. Hallo. Der Herr Wegener hilft mir bei einer kleinen Überraschung für meine Freundin. Können Sie einen? Können Sie einen? Entschuldigung. Entschuldigung. Sie sind ein Engel, danke. Sie sind ein Engel, danke. Los, mach das fette Beine raus. Scheiße. Nochmal. Ja, pardon. Alles gut. Alles gut. Da. Danke. Übrigens. Sie sind schon wieder zwei Mahnungen gekommen wegen deiner Knöllchen. Entschuldigung. Überweist du die eigentlich nie? Anne, ich habe keine Zeit dazu. Ich habe eine Radiosendung zu füllen. Hörst du das? In der Pause pritzeln die Dinger. Nochmal. Ja. Auf den zweiten Schluck. ... ... Moment. Und dann mal... ... Noch weiter! Kommt jetzt, Sekunde. Scheiße! Was? Die Haare! Die sind schon... Scheiße, jetzt geht das los. Nochmal. Sind die Haare nicht schon... Scheiße! Scheiße! Jetzt machen wir's. Komm, Entschuldigung. Was? Die Haare! Ob die schon trocken sind? Ich überleg... Ich überleg nur wegen Klimakollaps und so. Was hieß du da? Mir ist halt aufgefallen, dass du die... Entschuldigung. Wegen Klima? Schutz! Nicht Klimakollaps. Wollen wir eine neue machen? Ja, lass mal eine neue machen. Sind die Haare nicht schon trocken? Schaffen wir? Ich glaube, ich habe gerade mehr Hirn im... Ich glaube, ich habe gerade mehr Blut im Hirn als du. Wieso? Was denn? Als du. Können wir das normal machen? Kann man das normal machen? Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir auf der zweiten Hälfte anfangen können. Wir haben es ja auch nur zweimal gesagt. Eine Klappe bitte. Ach so. Da muss ich jetzt erst nochmal... Ach, wir müssen es nochmal ausradieren. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ganz ruhig. Mach schneller. Ich muss mir hier noch das alte Zollhaus angucken. Aber dann vergisst du die Klappe. Das ist überhaupt gar keine Ahnung. Das ist so nichts. Glaub wann du willst wieder. Das ist total interessant. 3, 10, 4 die zweite. Zeitgeschichte. Du zeigst dich. Das ist ja passiert. Das ist ein Arschloch. So Freunde. Sag mal, wo ist denn mein Fikus? Oh. Wolltest du den behalten? Du, der hatte so viele braune Stellen, da habe ich den zur Kippe gefahren. Du fährst zur Kippe? Bringst meinen Fikus weg und nimmst deine blöden Kassetten wieder mit? Entschuldigung, ich halte das nicht aus gerade. Entschuldigung nochmal bitte. Scheiße. Entschuldigung. Das ist so albern, dass man hier so einen Hasen machen muss ganz kurz. Und dann wieder... Oh, Entschuldigung, das schaffe ich gar nicht. Und mit den Blicken und so, ich bin so konzentriert und schwirmen, Frieda. Nochmal, jetzt machen wir es. Alles gut. Ich habe doch nicht drei Säcke voll. Wo ist denn mein Fikus? Entschuldigung. Sag mal, wo ist eigentlich mein Fikus? Oh. Hast du den behalten wollen? Du, der hatte so viele braune Stellen. Der hatte so viele braune Stellen, den habe ich zur Kippe gefahren. Du fährst zur Kippe, schmeißt meinen Fikus weg und deine dämlichen Kassetten nimmst du wieder mit? Jetzt sei doch nicht so aggressiv. Scheiße, lass mal machen. Was ist? Sag mal, kann das sein, dass du und die Bruck euch in mein Wiener-Netzwerk einen hackt? Hä? Was? Leute aus den Nachbarhäusern? Jemand, der mit dem Laptop im Auto draußen sitzt? Keine Ahnung. Da war ein Hassplan drin. Das sind viele Möglichkeiten. Dann denke ich mal drüber nach. Wiedersehen. Sag mal, spinnst du! Nicht schlecht, oder? Noch mal! Sag mal, dann spinnst du! Nicht schlecht, oder? Ich mach es nicht. Lass aufn. So an läuft. Sag mal, spinnst du! Nicht schlecht, oder? Hier kommt auch schon die Rakulix mit dem Zaubertrank. Ja, Anne. Na, Oskar? Wann hast du den getroffen? Ich denke, der hängt am Flughafen. Sorry, Herbert. Okay, schauen wir. Na, Oskar? Sorry. Ja. Aber, Oskar. Entschuldigung. Oh mein Gott. Oskar. Du hast doch böse angeguckt. Okay, nochmal. Na ja, lass mich überlegen. Na ja, ist im Prinzip ein netter Kollege, aber man muss auch sagen. Das ist doch gut. Ja. Ja. Ah. Puh. Hast du gemerkt, wir können... Ich hab schon die Schlüssel nicht abgekriegt. Ich hab mir gesagt, wir werden auf jeden Fall versorgen. Was kommt denn jetzt? Ah, ich war doch heute Morgen schon mal hier und da hab ich eine kleine Überraschung. Da hab ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh, scheiße, Entschuldigung. Und Stopp. Achtung. Tadaa! Nur eine kleine Überraschung. Ich war heute Morgen schon mal hier und hab noch ein bisschen was vor. Entschuldige bitte, das war eine Übersprungshandlung. Ich wollte die Tür aufmachen und bin dir an die Tüden gegangen. Entschuldige bitte vielmals. Aber da war vorher schon einiges. Der Bilderrand, der Bilderrand. Da müssen wir... ...